Mohammed! Ja! Ja! Runter! Wie heißen alle Mohammed? Ja, ich weiß. Ich sollte vielleicht lieber den Nachnamen benutzen. Hussein! Ja! Ach, verdammt nochmal. Du! Ist das nicht dein Bruder? Hussein! Warum geht dein Bruder zur Wahl? Er macht das nicht aus freien Stücken. Er ist der Wahlkampfmanager. Was? Für wen? Mohammed Hussein! Also gut, Männer. Hört alle her. Wer von euch möchte der Erste sein? Darf ich? Ah, sehr gut. Sehr gut. Wie ist dein Name, mein Sohn? Ich bin... Verkauf! Allahu Akbar! Für was immer habe ich mich jetzt gemeldet. Nachrichtendienst. Exzellente Bezahlung. Aber Sir, dieses Fahrrad... Was ist damit? Na ja, es sieht ein wenig wackerlich aus. Ich habe Angst, ich komme damit nicht wieder den Berg rauf. Zerbricht dir nicht den Kopf darüber. Kann ich nicht ein oder zwei von diesen Bomben abnehmen? Nein, 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 nein. Sie gehören zu deiner Uniform. Ah, na dann. Und dem Fahrrad fehlen auch die Bremsen. Keine Sorge, Allah wird für dich bremsen. Natürlich! Oh ja! Allah wird für mich bremsen! Jesus! Du! Geh und hilf ihm! Aber... Aber... Ich habe das Problem gefunden, Sir! Dieser Idiot hat ganz vergessen den Sicherungs... Sehen Sie, Sir, wir haben es geschafft, das Auto eines Ungläubigen zu zerstören! Nein, das war mein Auto.